Ob das Feld da nicht drin? Ja. Dann kann man so schwer wieder hochgehen. Ach. Oh, oh, oh. Das ist jetzt ein Armelefant. Guck mal, jetzt kommen vielleicht große Brüder. Oh, jetzt kommen alle. Nein, das ist eine Schwester. Na, weißt du, wie erste Schwestern sind? Na, siehst du? Ja. Wie Teore und Jonas. Wow, das ist ein Zähne, wa? Der ist schön. Ich gucke schon mehr Klaviertasten ein. Guck, der Elefant ist weggegangen. Mit der nach hinten? Papa. Oh, Papa rüsselt gerade. Hi, Papa pullert. Oh, toll. Ich hab's auf Kamera. Das haben die dem bestimmt so beigebracht. Wenn Publikum ist, hierher und los. Oh, andere Ende kommt auch gerade. Das muss ich allen zeigen. Wir hätten Wetten abschließen sollen. Schalim, bei dir lacht keiner, wenn du Äpfelst, ne? Versteckt sich ja auch immer. So, und jetzt zieht er wieder hinter. Sag doch, den haben sie jetzt verliert. Dass die hierher kommt, um der zum Gaudi des Publikums den hier Wasser lässt.